Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Thomas Makele über Meghan Makele lacht, nachdem sie überraschende Behauptungen aufgestellt hat. War Meghan wirklich das Opfer einer zerbrochenen Familie, oder steckt mehr hinter der Geschichte? Familiendrama entfaltet sich, familiäre Streitigkeiten und Geschwisterrivalitäten sind gewöhnlich, aber wenn sie global ausgetragen werden, ist es anders. Meghan Makele und ihr entfremdeter Vater, Thomas Makele, stehen erneut im Rampenlicht. Thomas machte sich über Magans Aussagen zu einer schwierigen Kindheit lustig. Meghan sagt, sie sei seit ihrem dritten Lebensjahr von ihrem Vater und Bruder missbraucht worden. Dies hat die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen. Die Leute fragen, wer sagt die Wahrheit? Ist das nur ein weiteres Kapitel in der Makele-Saga oder gibt es mehr? Lassen Sie uns diese Geschichte weiter erkunden. Die angespannte Beziehung, wie sind wir hierher gekommen? Um die Spannungen zu verstehen, müssen wir zum Anfang zurückkehren. Megans Vater, Thomas Makele, hatte große Träume für seine Tochter. Meghan erhielt Chancen, von denen viele träumen, wie eine private Ausbildung und einen Einstieg in Hollywood, aber Meghan sagt, ihre Kindheit sei nicht nur gut gewesen. Sie war von emotionalem Aufruhr geprägt, dank ihres Vaters. Ein Einblick in Megans Kindheit Meghan wuchs in einem geschiedenen Haushalt auf. Ihre Eltern, Thomas Makele und Doria Rackland, ließen sich scheiden, als sie sechs war. Thomas arbeitete in Hollywood und gab Meghan frühzeitig Zugang zur Branche. Meghan sagt, die finanzielle Unterstützung ihres Vaters sei mit hohen emotionalen Kosten verbunden gewesen. Als Meghan berühmt wurde, malte sie ein Bild von einer schwierigen Kindheit. Aber ist ihre Darstellung von Thomas fair, oder verbirgt sie eine komplexere Wahrheit? Wie kann jemand wissen, was hinter verschlossenen Türen passiert? Die öffentliche Meinung ist geteilt. Einige sehen Meghan als Überlebende, andere als Geschichtenerzählerin. Es ist klar, dass ihre Beziehung zu ihrem Vater kompliziert war. Der Auslöser, Megans Missbrauchsvorwurf In einem aktuellen Interview machte Meghan eine schockierende Behauptung. Sie sagte, sie sei seit ihrem dritten Lebensjahr von ihrem Vater und Bruder missbraucht worden. Dies hat eine neue Dimension an ihre angespannte Beziehung zu ihrer Familie gebracht. Warum? Diese Behauptungen haben alle überrascht. Meghan und ihr Vater hatten Meinungsverschiedenheiten, aber diese Vorwürfe waren unerwartet. Thomas Makele hat Meghan zuvor kritisiert, aber er hat nie auf Missbrauch hingewiesen. Die Reaktionen Megans Behauptungen lösten Reaktionen aus allen Lagern aus. Viele hinterfragen das Timing und die Wahrhaftigkeit, andere sorgen sich darüber, wie dies den Ruf ihres Vaters beeinflussen könnte. Die emotionale Belastung Missbrauchsvorwürfe sind ernst und betreffen Familien tiefgreifend. Die Auswirkungen solcher Behauptungen können Generationen überdauern. Bringt das Aussprechen von Familien Geheimnissen Heilung oder vertieft es nur die Kluft? Dies ist eine Frage, die es wert ist, bedacht zu werden, angesichts der Komplexität von Familiengeschichten und Emotionen. Thomas Makeles Reaktion, ein öffentlicher Seitenhieb oder eine Vaters Frustration? Thomas Makele hielt in seiner Antwort nicht zurück. Statt zu schweigen oder sich zu verteidigen, machte er sich über Megans Aussagen lustig. Dieser Schritt wurde von vielen als gefühllos angesehen. Die Perspektive eines Vaters Thomas glaubt, dass er Megans Träume unterstützt hat, indem er für ihre Ausbildung bezahlte und ihre Karriere half. Er fühlt, dass diese Vorwürfe falsch und verletzend sind. Öffentliches Bild vs. private Realität Thomas sieht Megan als Prinzessin, aber auch als Tochter, die ihre Wurzeln vergessen hat. Thomas Makeles Reaktion, Humor oder Verletzung? Thomas Makeles Reaktion auf Megans Behauptung war keine einfache Leugnung. Er verwendete Humor, was einige verwirrte und andere verärgerte. War es seine Art, damit umzugehen, oder wollte er Megans Glaubwürdigkeit untergraben? Diese Situation versetzt die Öffentlichkeit in eine schwierige Lage, War Thomas Reaktion ein schlechter Scherz oder versteckte er tiefere Gefühle von Verletzung und Verrat? Die öffentliche Meinung, Team Megan vs. Team Thomas Jede Geschichte hat zwei Seiten, und wir neigen dazu, eine auszuwählen. Die sozialen Medien explodierten, als Fans und Kritikerposition bezogen. Aber warum sind wir so in einen Familienstreit verwickelt, der nicht unser eigene ist? Warum wir alle so gefesselt von diesem Drama sind Das Märchen vs. Das echte Leben Megan wechselte von Hollywood-Schauspielerin zur Roll, eine Geschichte, die fast unrealistisch erscheint. Ihre Kämpfe erinnern uns daran, dass selbst diejenigen, die scheinbar alles haben, Herausforderungen gegenüberstehen. Nachvollziehbare Familienfäden Wer hatte nicht schon einmal einen schwierigen Moment mit der Familie? Megans und Thomas' Drama greift eine universelle Erfahrung auf, Obwohl die meisten von uns nicht im öffentlichen Rampenlicht stehen Die Macht der öffentlichen Meinung, jedes Mal, wenn neue Details auftauchen, bilden die Menschen Meinungen, teilen sie in sozialen Medien und schaffen eine Erzählung. Es ist wie eine Seifenoppe in Echtzeit mit Wendungen, die uns fragen lassen, was wir dachten, zu wissen. Wenn die Wahrheit so schwer fassbar ist, ist es dann überhaupt möglich, sich auf eine Seite zu stellen? Viele sind hin- und hergerissen, hinterfragen die Gültigkeit von Megans Behauptungen, ziehen aber auch Thomas' Perspektive als Vater in Betracht, dessen Tochter eine der am meisten beobachteten Frauen der Welt wurde. Megans Perspektive, ihre Wahrheit auszusprechen oder eine Geschichte zu formen? Megans Verteidiger sagen, sie habe das Recht, ihre Wahrheit zu sprechen, auch wenn sie nicht mit der Version ihres Vaters übereinstimmt. Aber es gibt eine komplexe Beziehung zwischen persönlichen Geschichten und deren Auswirkungen auf unser Leben und das unsere Leben. Wenn persönliche Wahrheit auf öffentliche Wahrnehmung trifft, die Erzählung zurückgewinnen. Viele Unterstützer argumentieren, dass Megan nach Jahren öffentlicher Kritik das Recht hat, ihre Geschichte aus ihrer Perspektive zu erzählen. Familienkonflikte Aber die Frage bleibt, zu welchem Preis? Indem sie diese tiefpersönlichen Erfahrungen öffentlich macht, riskiert Megan, ihre Familie weiter zu entfremden und möglicherweise auch die öffentliche Unterstützung. Der Makel der Mythos, während Megans Ruhm wächst, wächst auch die öffentliche Faszination für ihre Geschichte. So trägt die öffentliche Wahrnehmung von ihr als Heldin oder Bösewichtin zur Polarisierung bei, und ihr Familiendrama scheint diese Spaltung nur zu verstärken. Könnte Megans Erzählung sowohl wahr als auch von den Erfahrungen und dem Druck beeinflusst sein, mit denen sie im öffentlichen Blickfeld konfrontiert ist, oder ist dies einfach eine Möglichkeit, ihr Image inmitten einer komplizierten Familiendynamik zu bewahren? Thomas Makele Humor als Anwürmechanismus Für Thomas scheint Humor ein häufiges Mittel zu sein, wenn er über die Anschuldigungen seiner Tochter spricht. Aber ist es wirklich Humor oder eine verhüllte Form vom Schmerz? Lachen durch den Schmerz Wenn wir lachen, ist es manchmal, um Tränen zu vermeiden. Könnte dies Thomas' Art sein, mit einer herzzerreißenden Situation umzugehen? Öffentliche Wahrnehmung Viele haben Thomas' Reaktion als grausam kritisiert, aber könnte es sein, dass er einfach missverstanden wird und Humor als letzten Versuch nutzt, sich auszudrücken? Was, wenn das Lachen, das wir hören, tatsächlich der Klang eines gebrochenen Herzens ist? Diese Perspektive verleiht Thomas' scheinbar gefühlloser Reaktion Tiefe und zeigt ihn als mehr als nur den Vater, den Megan als distanziert und verletzend bezeichnet. Was kommt als nächstes für Megan und Thomas Makele? Das Drama der Familie Makele scheint nicht so schnell zu enden. Für Megan, die in den USA mit Prinz Harry ein neues Leben gefunden hat, scheint das Aussprechen ihrer Erfahrungen erwägt zur Heilung zu sein. Für Thomas scheint jede öffentliche Äußerung die Kluft zwischen ihnen zu vergrößern. Der Weg nach vorn, ist Versöhnung möglich? Eine ungewisse Zukunft, mit jedem öffentlichen Streit erscheinen die Chancen auf Versöhnung geringer. Die Rolle der öffentlichen Wahrnehmung, während Megan und Thomas weiterhin widersprüchliche Erzählungen teilen, wird der öffentliche Meinungsbildungsprozess immer gespalten. Hoffnung auf Heilung Familiäre Risse heilen selten ohne irgendeine Form der offenen Kommunikation, aber bei der Familie Makele könnte das Schweigen jetzt lauter sprechen als Worte. An welchem Punkt hören wir auf, zu heilen, und akzeptieren das, was zerbrochen ist? Abschließende Gedanken Die Lehre aus der Makele-Familien-Saga Die Saga von Megan und Thomas Makele hat uns seit Jahren gefesselt. Sie lehrt uns über Familie, Ruhm und Vergebung. Die größte Lektion ist, dass jeder Streit tiefe Emotionen birgt, Verletzung, Vorrat, Liebe und Sehnsucht. Ein Aufruf zum Handeln Die Geschichte der Makele-Familie lehrt uns den Wert von Verständnis und Empathie. Familie ist nicht immer einfach, und einige Wunden werden sich vielleicht nie ganz schließen, aber wir sollten weiterhin versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Überdenken Sie Ihre eigenen Beziehungen, gibt es jemanden, den Sie kontaktieren, vergeben oder besser verstehen müssen? Manchmal finden wir die Enden, die wir in unserem eigenen Leben suchen. Die Reise der Makele-Familie erinnert uns an unsere eigenen Geschichten, Kämpfe und Erfolge in familiären Dynamiken. Die Frage ist, sind wir mutig genug, diese Gefühle zu konfrontieren, das zu reparieren, was wir können, oder loszulassen, was uns nicht mehr dehnt? Empathie in Familienfäden annehmen Jede Familie hat komplexe Erinnerungen, Erwartungen und Missverständnisse. Die Geschichte der Familie Makele lädt uns ein, unsere eigenen Interaktionen, selbst in kleinen Dingen, zu betrachten. Stellen Sie mehr Fragen, versuchen Sie, die Perspektive des Anderen zu verstehen, anstatt anzunehmen, manchmal sind unsere Annahmen nicht die Wahrheit ihrer Geschichte. Vergib dir selbst Vergebung bedeutet nicht immer Versöhnung, es geht darum, inneren Frieden zu finden, ohne eine Antwort oder Lösung zu erwarten. Grenzen mit Mitgefühl setzen Nicht alle Konflikte können oder sollten gelöst werden. Grenzen zu setzen, selbst mit toxischen Personen, ist manchmal notwendig. Tun Sie dies mit Freundlichkeit, zu Ihrem eigenen Wohl. Egal, ob Sie Team Megan oder Team Thomas sind, diese Geschichte betrifft uns alle. Sie erinnert uns daran, dass die Familie beeinflusst, wer wir werden, egal wie öffentlich oder privat unser Leben ist. Abschließender Aufruf zum Handeln, Verbinden, Teilen und Nachdenken Haben Sie Ihre eigene Familiengeschichte zu erzählen? Identifizieren Sie sich mit Megan, die kämpft, um voranzukommen, während Sie sich mit einer herausfordernden Vergangenheit versöhnt? Oder verstehen Sie Thomas' Perspektive, zuzusehen, wie ein geliebter Mensch sich entfernt, während Sie sich hilflos in der Distanz fühlen? Teilen Sie Ihre Gedanken, Ihre eigenen Erfahrungen und lassen Sie uns dieses Gespräch fortführen. Denn manchmal finden wir im Teilen die Unterstützung und das Verständnis, die wir brauchen, um voranzukommen. Am Ende ist die größte Lektion aus der Geschichte von Megan und Thomas Markle, dies, Familie ist kompliziert, aber sie ist auch ein Teil von uns. Egal, ob wir uns entscheiden, diese Bindungen zu umarmen, uns zu distanzieren oder sie neu zu definieren, jede Entscheidung ist ein Schritt in Richtung Verständnis, wer wir sind. Navigieren in den eigenen Familienbeziehungen Das Drama der Familie Markle spricht viele von uns tief an. Es geht um universelle Themen, Liebe, Loyalität und das Gleichgewicht zwischen Individualität und Familientraditionen. Megens und Thomas Markles Konflikt kann zur Reflexion über unsere eigenen Familienreisen anregen und wie wir mit diesen komplexen Beziehungen umgehen. Praktische Tipps zum Umgang mit Familienkonflikten Obwohl nur wenige von uns je familiäre Spannungen im öffentlichen Rampenlicht erleben werden, stehen wir alle gelegentlich vor Herausforderungen in unseren Familienbeziehungen. Hier sind einige umsetzbare Tipps, die Sie auf Ihrer Reise berücksichtigen können. Sichere Räume für offenen Dialog schaffen, Diskussionen, selbst über vergangene Missverständnisse oder Schmerzen, erfordern Sicherheit und Empathie. Ein spezifischer Zeitpunkt und Ort, um ohne Unterbrechungen zu sprechen, kann es jedem erleichtern, gehört zu werden.